Hallo, ich bin Anna und bin 13 Jahre alt. Ich spiele seit drei Jahren Geige und das Schlimmste am Lockdown für mich ist, dass mich mein Geigenlehrer nicht mehr besuchen darf. Mein Beitrag ist das Stück, welches wir in unserer letzten gemeinsamen Stunde begonnen haben. Es ist sicherlich noch nicht perfekt, aber ich werde daran arbeiten, bis er wieder bei mir unterrichten darf. Zusammen macht es einfach viel mehr Spaß. Schlimmste 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 Gesam Sie Come